Mein Führer, sind Sie einverstanden, dass ich nach Ihrem Beschluss in dem Bunker Horkelzeck zu verbleiben, als Ihr Stellvertreter sofort die Gesamtführung der Kurschecks übernehme? Mit voller Handlungsfreiheit nach innen und außen. Falls bis 22 Uhr keine Antwort erfolgt, nehme ich an, dass Sie Ihre Handlungsfreiheit beraubt sind. Ich werde dann zum Wohle von Huschet und Vaterland handeln. Mit freundlichen Grüßen, Poli Juppie, Heil Hitler! Juppies sollen Sie nicht unberechtigt. Wenn uns Funknets da zusammenbrechen, und das kann stündlich passieren, da können wir nichtmals mir ein SMS verschicken. Liebe Grüße und Bilder von der Front können wir nicht mehr verschicken. Ich seh das anders. Poli Juppie, wie die Macht an sich reißer. Die Nimm ich Spurke aus der Habschin der Kneipe war mir noch nie hier heuer. Er triecht nach Punsch. Soe Versarer, soe Schmarotzer. Was denn irgende Faulpelz aus der Mähdrecher-Armee? Was hat denn da draus gemacht? Alle in Daufe mit mir an die Wand stellen. Denn der ähmliche Bauer hat die Korruption bei uns an der Eiffel bielig gemacht. Und will das verrat an minger Person? An minger Person! An minger Person! Ich will, dass Juppie Obdaplatz entmachtet hat. Und all den Ämter ob jetzt. Für den Fall, dass ich die Griechen nicht überstauen. Aus dem Mann Obdaplatz hinzureden. Und all den Juppie Obdaplatz hinzure an Daufe. Vielen Dank.